www.fri-solo.de Einfach nichts dabei zu haben, ist eine sehr ehrliche Art des Bergsteigens, weil es geht nur um das eigene Können. Einfach nichts dabei zu sein. Kletterlegenden und Bergsteiger haben an den Zinnen ihre Spuren hinterlassen und dort oben zu stehen, alleine auf so einem schönen Berg ist, ist dann einfach unbeschreiblich.